Meine im letzten Video erzeugte Kalendertabelle möchte ich in PowerPivot als Datumstabelle definieren, damit mir diese für meine Pivot-Auswertung im Datenmodell auch zur Verfügung steht. Im ersten Video wurde ja ein Zugriff, Online-Zugriff, auf diese Verkaufsdaten gestartet. Man kann natürlich auch die Datei herunterladen und direkt diese Daten nutzen. Kleiner Tipp, sollten die Datumswerte falsch kommen, vielleicht mal in die Regionaleinstellungen von PowerQuery schauen. Im zweiten Video wurde dann auf Basis der Verkaufsdaten geschaut, in welchen Jahren finden die Verkäufe statt. Und es wurde ein Kalender erzeugt, und zwar für die vollen Jahre. Hier hört es ja im Juni auf, also bis 31.12.2020, auch per PowerQuery. Da gab es zwei super Hinweise, dann auch nochmal in den Kommentaren heißen Dank dafür. Und zwar, also mindestens zwei gute Hinweise bei der Abfrage der Kalendertabelle. Ich habe das ja spätabends gemacht, und es gibt zehn Wege, das Gleiche zu tun. Da habe ich mich für zwei Kleinigkeiten, ja, nicht so optimal vielleicht entschieden. Das zeige ich nochmal alternativ. Ich gehe nochmal aufs Bearbeiten. Und zwar das eine war, ich ziehe ja bei der einen Abfrage, hier Kalendertabelle, ziehe ich ja die Daten der Verkäufe heran und habe diese beiden Spalten gelöscht. Ich habe die markiert und habe die entfernt. Man kann die Spalten entfernen. Man kann aber auch einfach klicken, rechte Maustaste, die anderen Spalten entfernt. Was wäre denn, wenn mal mehr, mal weniger Spalten dabei sind oder nicht klar ist, wie die Spalten heißen, wenn die anders heißen? Bei Datum weiß ich, nimm die Spalte Datum, entferne alle anderen. Super Tipp, danke erstmal dafür. Und Tipp 2, ich habe ja hier mir errechnet, den, ja, ich habe die Nummern umgewandelt, um hier zu errechnen, den kleinsten Datumswert. Weil es bei Transformieren, bei Statistik das Minimum nicht gibt, habe ich die erst in Zahlen gewandelt und dann den kleinsten. Man kann alternativ aber auch auf Datum klicken und da den frühesten Wert nehmen und dann in eine Zahl umwandeln. Also, leicht andersrum. Also, ich hätte es auch so machen können, erst das früheste und dann in eine Zahl, statt erst in eine Zahl und dann den kleinsten Wert zu nehmen. Also, kleinste und größte. Danke nochmal, Olaf, für den Tipp. Super, also, mit der Tabelle, die hier resultiert, machen wir dann weiter. Die habe ich nämlich ins Datenmodell geladen. Diese Tabelle liegt im Datenmodell. Gucken wir nochmal, Laden in, die liegt im Datenmodell, genauso wie die Abfrage da drüber. So, gucken wir nochmal. Im Register Power Pivot oder hier über diesen Schalter bei den Datentools im Register Daten. Ich habe den hier, weil ich Office 365 habe. Da gibt es auch Power Pivot. Solltet ihr Power Pivot nirgends finden, entweder habt ihr das nicht, weil ihr Excel 2010 habt und nicht das Add-in geladen, dann schaut doch mal bitte bei Datei unter Optionen, ob sich nicht vielleicht bei den Add-ins dieses Add-in deaktiviert hat. Ihr würdet dann das bei inaktive Anwendungen finden. Das wäre ein Comment-In. Das wäre dann hier unten zu aktivieren. Manchmal, wenn der Rechner abstürzt, werden Add-ins deaktiviert und dann müsst ihr das vielleicht wieder einschalten. Also, guckt da rein, falls ihr das nicht finden solltet. So, Power Pivot verwalten. Ich habe den Kalender ja gezogen und auch die Verkaufsdaten gezogen und beide befinden sich nun hier. Die Kalendertabelle zum einen und meine Verkaufsdaten. Und die haben beide eine Spalte Datum. Nur hier in der Fakten-Tabelle taucht das Datum so oft auf, wie verkauft wurde. Und in der Kalendertabelle gibt es jeden Datumswert nur einmal. Das erste, was ich mal hier mache kurz, ist, ich schalte die Uhrzeit mit weg. Ich gehe auf rein, Datum. Mache ich aber in beiden, weil ich will ja beide miteinander verknüpfen. Auch hier rein das Datum. Der schreibt immer 0 Uhr, will ich nicht. So, und hier sehe ich ja, beide haben diese Info und auch meine Umsatzzahlen sind schon gleich als Euro definiert. Ich habe die als Währung per Power Query gezogen. Sollten hier nicht die Währungen stehen, könnt ihr das da oben aktivieren. Das heißt, immer wenn ich diese Information in Pivot nutze, kommt die sofort im Währungsformat. Das ist echt super. Schauen wir uns mal die beiden Tabellen an. In der Diagrammsicht, hier im Register Start, gibt es die Diagrammsicht. Und dort sehe ich beide Tabellen, meine Verkäufe und meine Kalendertabelle, die ich gezogen habe. Das ist ja meine Datumstabelle. Und ich könnte nun hier die beiden miteinander verbinden. Ich mache die aber erst mal offiziell zur Datumstabelle. Ja, ich klicke nochmal zurück in die Datensicht, bin hier in der Kalendertabelle und erhebe sie im Register Entwurf offiziell zur Datumstabelle. Als Datumstabelle markieren. Zack. Und damit ist klar, über die Spalte Datum wird der Kalender definiert. Was dahinter hängt, ist abhängig von dem, was vorne in der Datumsspalte steht. Da sind volle Jahre bei mir drin. Ich habe hier jetzt die Möglichkeit, auch Datumstabellen hier zu erzeugen. Mache ich aber nicht, weil was ist, wenn ich Verkaufsdaten habe? Ja, das ist toll. Aber was ist, wenn ich auch Listen habe? Wann ist der Kunde geboren? Seit wann ist der Kunde Kunde? Seit wann habe ich das Produkt im Sortiment? Der orientiert sich vielleicht auch bei Power BI, bei den automatischen Tabellen, an den Daten, die es irgendwo in den Datumswerten, die es irgendwo in meinen Daten gibt. Und das möchte ich nicht. Deshalb nehme ich pur die Daten aus meinen Verkäufen. Das, was mich interessiert. Das ist wichtig. Das, was mich interessiert. So, jetzt habe ich die als Datumstabelle definiert. Aber im Register Start sage ich noch etwas. Wenn die Monate aufgelistet werden, bitte nicht alphabetisch, sondern Januar, Februar, März, April. Orientiere dich an der Monatszahl hier vorne. Das heißt, ich klicke auf Monatsname. Wähle nach Spalte sortieren. Und sage, davor steht doch der Monat, also die Nummer des Monats. Okay. Und Name des Tages bitte nicht alphabetisch sortieren. Auch hier nach Spalte sortieren, nach Tag der Woche. Also Montag die 1, Dienstag die 2 und so weiter. Tag der Woche. So. Das war jetzt schon das, was ich machen wollte. Jetzt verbinde ich die beiden hier. Also statt S-Verweis oder so, sage ich einfach, das Datum hier spielt hier in dieses. Das ist also eine Beziehung jetzt zwischen den beiden. Eine Filterverbindung. Diese Datenbeziehung. Die kann ich hier auch visualisieren, indem ich sage, hier unten sind meine Verkaufsdaten. Und hier oben, da sind die Kalenderdaten. Hier sind meine Sachen, die es einmalig gibt. Und hier unten können die Sachen mehrfach vorkommen. Ich kann mehrfach in den Filialen verkaufen. Ich kann mehrfach in einem Datum verkaufen. Das wäre schön, ne? Und hier oben gibt es das Datum nur einmal. Und dieses Datum hier, das untere aus meinen Verkaufsdaten, das will ich auch eigentlich gar nicht mehr sehen in meiner Pivot-Auswertung. Und deshalb blende ich diese Spalte aus den kleinen Tools aus. Finde ich ganz wichtig. Aus den kleinen Tools ausgeblendet. So, und was ich nun habe, ist die Möglichkeit, ja, ich kann jetzt hier, ich gehe nochmal auf Datensicht, ich kann jetzt hier direkt aus meinen beiden Tabellen, die es ja gibt. Unten sind ja die Namen dieser Abfragen. Ja, hier ist auch die ausgeblendete Spalte. Ich kann jetzt direkt hier, ja, eine Pivot-Tabelle erzeugen. Dieses Fenster mit dem Power-Pivot ist noch geöffnet, um aufs Datenmodell zu schauen. Ich kann jederzeit hier mit dieser schönen lindgrünen Schaltfläche verwalten, dahin zurück. Und ich füge die mal ein. Das heißt, jetzt sehe ich erst die Auswertung meiner Daten. Die Abfragen schalte ich einfach mal weg. Das raubt mir zu viel Platz. Und ich habe jetzt hier beide Tabellen. Hier sehe ich auch nicht mehr Datum. Und ich habe die Möglichkeit, jetzt hier diese ganzen Informationen, die ich hier sehe, zu nutzen. Zum Beispiel Jahr, Monat. Und aus der anderen Tabelle zum Beispiel die Filiale in die Spalten zu schieben. Und dann sehe ich jetzt, wenn ich jetzt die Umsätze, was ich später nicht mehr machen will, ab dem nächsten Video mache ich das nicht mehr, schiebe direkt diese Summen hier, die Umsätze, wie bei normalen Pivot-Tabellen in die Werte. Was ich sehe, ist, was ich bei dem jeweiligen Monat umgesetzt habe hier. Das sind die Daten. Ich sehe, da ist auch anscheinend so eine Art Welle drin, dass im Sommer oder so mehr verkauft wurde. Und ich kann jetzt schon im Register analysieren, Pivot-Tabellentools oder Pivot-Table-Analyse analysieren. Kann ich jetzt auch schon erste Diagramme fahren, ja, Liniendiagramme. Kann mir anschauen, ups, da ist wohl ein bisschen irgendwie so ein kleiner Virus ausgebrochen. Die Umsätze brechen ein und ja, habe hier die Möglichkeit, hier schon Datumszeitfunktion zu nutzen. Vorjahresvergleiche könnte ich mir errechnen. Ich baue aber erst mal im nächsten Video hier einfache Measures auf. Measures hier oben, Measure kann man erzeugen oder hier mit rechter Maustaste Measure hinzufügen. Thema des nächsten Videos und, ganz wichtig, viele Themen habe ich schon in anderen Videos mal erläutert. Wenn ihr auf teosblog.com geht, ihr seht ja, die Datei hier kann runtergeladen werden, die aktuelle. Ich habe hier aber auch zum Beispiel das Thema Kalendertabelle. Und wenn ich hier Kalendertabelle suche, hier ist das Thema Kalendertabelle in Power Query erzeugen schon mal definiert. Ich habe auch hier Quartale und Kalenderwochen zum Beispiel. Oder ich habe hier Formeln für eine Kalendertabelle volle, ja, zehn Jahre. Ich habe da sogar die Feiertage NRW und die Ferientage NRW eingetragen. Also, war ein bisschen Fleißarbeit. Hier ist auch ein Skript, um mehr über Funktionen zu erfahren, die es in Excel ganz normal gibt. Hier unten, wie baue ich das Geschäftsjahr in so eine Tabelle ein, dass es ausgewertet werden kann. Also, ihr habt hier die Möglichkeit, ganz, ganz, ganz viel auch über den Blog zu erfahren. Und ja, ich freue mich natürlich wie immer auf eure Vorschläge, auf eure Tipps. Die sind ganz wertvoll, bringen mich auch voran. Und wenn ihr wirklich was für den Kanal machen wollt, lasst doch mal ein Abo da und den Daumen nach oben. Ich sage mal, bis zum nächsten Video. Viel Spaß beim Nachbasteln und ja, viel Erfolg mit Excel.